Servus, grüßt euch zur Wochenwettershow für die Region Arlberg. Winter Wonderland, ein Wintermärchen, das ist zurzeit die Region rund um den Arlberg. Vergangene Woche hat es nämlich geschneit, bis ins Tal ist alles weiß. Das zeigt auch unsere Livecam in St. Anton am Arlberg. Und auch die Livecam von Lech am Arlberg zeigt Schnee en masse. Und dieser Schnee bleibt nur noch erstmal liegen. Von Dienstag bis Donnerstag bleibt es nämlich frostig mit Höchstwerten von minus 5 bis minus 2 Grad. Dabei gibt es von allem etwas einige Wolken, die gelegentlich noch etwas Schnee bringen. Die meisten Schneefälle wird es da wohl am Mittwoch geben. Zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne, vor allem am Donnerstag. Mehr Sonnenschein gibt es am Freitag. Da ziehen nämlich kaum noch Wolken durch. Dabei ändert sich tagsüber an den Temperaturen nur wenig, es bleibt da leicht frostig. In den Nächten kann es aber ohne schützende Wolken sehr stark abkühlen. Tiefstwerte um minus 20 Grad sind möglich. Den persönlichen Skitag oder Urlaubstag filmen, das wird immer beliebter. Falls Sie dafür kein eigenes Equipment haben, können Sie bis Mitte März im Mountain Media Center im Karlsrand Zielstadion in St. Anton kostenlos die neuesten GoPros und Ziel-Optics Kamerabrillen ausleihen. Ein professionelles Filmteam steht dabei mit wertvollen Tipps und Tricks zur Seite und danach sorgt einer der erfolgreichsten Freeride-Filmproduzenten für den perfekten Videoschnitt und das alles kostenlos. Am Wochenende schwächt sich der Frost im Tal ein bisschen ab. Da geht es dann tagsüber auch mal wieder in den zarten Plusbereich. Aber in 2000 Meter Höhe, da bleiben wir durchgehend unter der Null-Grad-Marke. Dazu bleibt es am Samstag noch recht freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag wird es vorübergehend etwas wechselhafter, da kann mal ein bisschen Schnee fallen. Am Montag ist der Spuk aber voraussichtlich schon wieder vorbei. Freeriding. Immer mehr Skifahrer sind begeistert davon. Abseits der Pisten geht es durch unberührten Tiefschnee. Eins sein mit der Natur, das Gefühl von Schwerelosigkeit und die absolute Stille erleben. Das möchten immer mehr, vor allem in der Region Lech-Zürs. Allerdings sollte man als Anfänger nicht einfach drauf losfahren. Man muss sich nämlich mit Lawinenlagenberichten auskennen und man muss die Situationen richtig einschätzen können. Und das alles kann man lernen. Zum Beispiel im Freeride-Safety-Camp vom 29. bis 31. Jänner bis zum 27. Jänner können Sie sich dafür noch anmelden. Ja und bis dahin können wir uns im Großen und Ganzen auf recht gutes und auch eher ruhiges Wintersportwetter freuen. Also eine optimale Gelegenheit, den lang ersehnten Schnee zu genießen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, hier in der Region Arlberg. Auch auf gleiche Spitze. knows man beim nächsten Mal. Ich 어때?